Und ich kann nur eins empfehlen, wer keine Lust mehr auf Joggen hat, der legt sich einfach ein paar Seile ins Bunzeln, super sportlicher, super. So, ihr Lieben, und das Wichtigste in unserem Leben, Kinder, wie ihr wisst, es ist immer noch nichts, aber, von innen, aber, ich werde mir jetzt tatsächlich mal für die nächsten Songs ein Jäckchen überwerfen, wenn das okay ist, für euch, ja, ihr habt es schon gesehen, das ist dieses Runde, dieses Schöne, immer, wer auch immer etwas für mich hat, ja, kommt, und hier müsste hier, aus allen Rängen müsste es hier schon kommen. Übrigens, ich habe hier gerade ein Schild entdeckt, kommt zu unserer Hochzeit, am 29. wo ist das Schild? Ja, okay, jetzt müssen Sie gleich mal fragen, ah, jetzt sehe ich Sie auch, danke, lieber Thomas, war es noch ein Schal, oder was? Ihr meint es aber jetzt gut mit mir, okay, das war das ja nicht. Okay, das heißt, ein, ja, ein Pärchen, ich sage mal so, ihr seid noch nicht ganz, also ihr seid nicht super, super, oh Gott, also, also ihr seid jetzt nicht mehr 20, das geht mal so, 15 Jahre zusammen, und jetzt erst hast du gesagt, komm, jetzt kann man auch mal fragen, ja, das hat uns so gut gemacht. Oh, und dann auch gleich von Französisch, von Französisch mit dir. So international today, wow, ich kann leider kein Wort Französisch, das ist jetzt wirklich, außer, merci, merci beaucoup, für das hier sein, vielen Dank, wirklich, das ist toll. Ja, aber ich mit meiner Band, noch viel kleinere Besetzung, wir haben in Zyphus Krone gespielt, so, ja, kleinere, süßere Location, da kommt ein Mann auf mich zu und ruft, 60, 60, 60, 60, und ich dachte, und wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Ich wusste ja nicht besser, ich habe ihm zum Geburtstag gezogen, zum 60. Das ist, natürlich, das ist ein sehr erfolgreicher Seniorenverein, und natürlich, jetzt weiß ich es auch. Zu Beginn der Show dachten wir, ich trage hier so ein wunderschönes Kleid, und dann sage ich, ja, aber Freunde, das ist, vielleicht doch doch keine gute Idee, ich habe hier so eine Ballade Schmetter in meinem Kleid, und du so, hm, ne, was, aber hallo, Hübsch sieht ja alle aus, ja, bitte keine Genickstarre kriegen, ihr könnt auch da vorne dann später gucken, oder? Okay.